So, ich habe hier noch einen zufälligen Schaulusting sozusagen. Duzen wir uns oder siezen wir uns? Wir duzen uns. Okay, wie heißt du denn? Ich bin der Lino. Lino. Und wir sind gerade erst mit der Schule fertig geworden. Wir haben jetzt angefangen zu studieren. Und ich bin auf der Wahlpark. Ich verfolge das ganz interessant. Das ist sogar schon meine zweite. Meine erste, muss ich sagen. Ich war direkt hier mit ganzem Aufgebot. Die Piraten nehme ich mal an. Kennst du dann? Ja, sind wir geläufig. Schon seit vor den Europawahlen. Hat man schon auf und zu meinem Artikel gelesen. Im Spiegel zum Beispiel. Und auch häufiger ein Thema. Also in Jugenddiskussionen. Dort und schon. Und wie findest du das jetzt, dass hier in Aachen eventuell in den Stadtrat einziehen werden? Und mit ein, zwei? Ja, vor allem erstmal eine interessante Sache. Ich habe jetzt im Vorfeld zu der Kommunalwahl von Piraten leider extrem wenig gehört. Von daher kann ich zu so einem Kommunalwahlprogramm von Piraten, weiß ich einfach nichts zu. Das finde ich ein bisschen schade. Weil es gerade für junge Leute denn auch vielleicht Optionen gäbe. Aber ansonsten eine sehr interessante Sache auf jeden Fall. Okay. Sonst noch irgendwas, was du den Piraten wünschen würdest? Oder was du von ihnen fordern würdest? Ja, man kann ihnen eigentlich nur den zweiten Sitz im Rat wünschen. Und dass man sie in vier Jahren hoffentlich... Erstmal kommt ja Bundestagswahl da. Er gibt ja noch ein paar Chancen, wo man... Ja, kann man auch nochmal mit aufmischen. Die ganze alte Suppe. Okay, ja dann vielen Dank. Ich bin ja auch noch ein paar Jahre alt. Ich bin ja auch noch ein paar Jahre alt. Ich bin ja auch noch ein paar Jahre alt. Ich bin ja auch noch ein paar Jahre alt. Ich bin ja auch noch ein paar Jahre alt. Das ist ja auch noch ein paar Jahre alt. Ich bin ja auch noch ein paar Jahre alt.